Was haben Sie in dieser Zeit mit der FOMA-Demex gemacht? Ja, zum letzten Mal muss ich sagen, diese Germ-Ofen gehören ja eigentlich in so ein Gesamtpaket rein, was wir vor zehn, zehn Jahren gespürt haben, als wir gesagt haben, wir wollen Mühlen wieder zur Hauptstadt des Femmingsports machen. Dazu zählt also, dass die Einrichtung des Internats, die Stärken des Kuhn-Misch-Buskundes, aber auch dazu zählen auch die Germ-Ofen, dass sie also hier in Mühlen wieder stattfinden. Und sie finden ja jetzt schon seit einigen Jahren wieder hier statt. Und wer die Germ-Ofen verfolgt hat, der wir festgestellt haben, von Jahr zu Jahr haben wir eine Qualitätssteigerung gehabt. Und die halten wir für enorm wichtig, Herr Janu hat es ja auch schon gesagt, es kommt auch an, immer mehr Spitzenspieler zu den Germ-Ofen zu holen, denn sie sorgen mit dafür, dass die Qualität gesteigert wird. Und das ist ja auch das, was die Zuschauer sehen wollen. Insofern bin ich auch sehr dankbar, dass die Firma Ionex auch in dem Bereich uns unterstützt. Ich betone nochmal auch in dem Bereich, denn die Firma Ionex unterstützt uns auch in anderen Bereichen. Und bereit war, dieses Preisgeld, dieses Geld, das Preisgeld zu zahlen. Ich bin auch davon überzeugt, und das zeigen ja auch die bisherigen, nicht nur die Meldungen, sondern die Verkäufe der Einsatzkarten, dass wir also in diesem Jahr wiederum mehr Zuschauer haben werden, als in den vergangenen Jahren. Und das ist so ein deutsches Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn Sie 25 Jahre ansprechen, im Gegensatz von Herrn Janu habe ich die alle verfolgen können. Ich gehöre schon zum Elternsemester. So muss man sagen, hier hat sie im Laufe der Zeit eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut. Zwischen der Firma Ionex und auch dem deutschen Wettbewerbverband. Ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Grundstein ist, dass man also wirklich hier vertrauensvoll miteinander umgeht, dass jeder das Gefühl hat, hier in dem anderen einen Partner zu haben. Und diese Partnerschaft ist es, wie es meines Erachtens ausmacht. Und dafür bin ich sehr dankbar und möchte auch mich ganz herzlich bei der Firma Ionex bedanken und hoffe, dass diese vertrauensvolle Partnerschaft auch noch einige Jahre anhält. Vielen Dank.